Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video lernst du die Energieerhaltung an einem Fadenpendel kennen. Viel Spaß! Da gehen wir zuallererst nochmal die Grundbegriffe durch. Ich habe auch noch andere Videos zum Fadenpendel. Da kannst du ein bisschen rechnen, falls du das musst. Aber hier erstmal das Grundverständnis der Energieerhaltung angewendet auf das Fadenpendel. Stell dir vor, das ist ein masseloser Faden und hier eine kugelförmige, punktförmige Masse dran. Jetzt berühre ich hier nichts. Das System ist in Ruhe und dann nennt man dieses hier auch Ruhelage. Da will das System immer wieder hin. Wenn ich das auslenke, schwingt das immer wieder hier in diese Ruhelage, weil immer eine Kraft dahin wirkt. Kraft ist Masse mal Beschleunigung und deswegen ist ganz außen auch die Beschleunigung nicht Null, sondern Maximal. Das ist ganz wichtig. Und die Geschwindigkeit ist ganz außen kurz Null. Da haben wir einen Richtungswechsel von rechts wieder nach links und hier von links wieder nach rechts. Also ganz kurz Geschwindigkeit Null. Also Ruhelage, dieser Punkt hier. Jetzt lenke ich das hier aus und diesen Punkt nennt man dann Umkehrpunkt. Also wenn wir hier sind, Umkehrpunkt, Umkehrpunkt, Umkehrpunkt und links genauso. So und an den Umkehrpunkten, da ist die Geschwindigkeit kurzzeitig Null, Beschleunigung maximal. Das hatten wir. Und was gilt für die Energien? Die Energie ganz außen, wenn ich das nämlich auslenke, dann kennst du eventuell die potenzielle Energie aus der Mechanik. Wenn nicht, guckt ihr das Video gerne auch nochmal an. M mal G mal H, das heißt, die potenzielle Energie ist proportional zur Höhe H, also eine gewisse Lage. Wenn ich da die Masse anhebe, wo haben wir hier die Höhe? Hier. Das ist die Höhe H. Das heißt, je weiter ich das auslenke, umso höher ist die, umso größer wird die Höhe und damit die potenzielle Energie. Wenn wir das in Prozent machen, haben wir ganz außen 100% potenzielle Energie. Also hier 100% potenzielle Energie. Kinetische Energie, das war, kannst du dir gerne auch das Video nochmal angucken. Kinetische Energie war 1,5 mv², da steckt die Geschwindigkeit v mit drin. Das heißt, eine Masse, die sich bewegt, die hat eine kinetische Energie. Das heißt, kinetische Energie proportional zur Geschwindigkeit zum Quadrat. Und die ist hier 0%, weil das bewegt sich ja außen nicht. Jetzt lassen wir das los. Und jetzt kommt nämlich die Energieumwandlung. Jetzt wandelt sich die potenzielle Energie um langsam in kinetische Energie. So, wenn wir hier bei der Hälfte sind, H halbe, was gilt da für die potenzielle Energie? Wenn wir genau bei der Hälfte sind, was gilt da? 50%. Genau, 50%. Und für die kinetische Energie können wir direkt sagen, weil Energieerhaltung. Das heißt, die potenzielle plus die kinetische ist immer 100% beziehungsweise konstant. Also hier 50%. Dann gehen wir weiter. Wir könnten das hier in jedem Punkt machen. Hier ist 25, 75. Hier ist 75, 25 und so weiter. Hier ganz unten, was gilt da für potenzielle Energie? Jetzt ist die Höhe, das ist die Bezugslage. Das heißt, die Höhe ist 0. Damit ist auch die potenzielle Energie 0. Das kannst du immer schön an den Formeln erkennen. Also 0% potenzielle Energie. Kinetische ist hier maximal. Hier in der Ruhelage haben wir auch, das ist halt, hier steht Ruhe. Aber hier geht es eigentlich richtig die Luzi ab. Maximale Geschwindigkeit. Ruhelage heißt nur, weil es in Ruhe ist, wenn ich es nicht auslenke. Wenn ich es aber auslenke, will das wieder in die Ruhelage. Aber da ist die Geschwindigkeit hier, hier immer maximal. Ganz wichtig. Also 0 und 100 und hier in dem Umkehrpunkt und hier, das ist identisch mit den Energien. So und jetzt egal, wo wir uns das rausgreifen. In jedem Punkt gilt, wenn wir hier gucken, E-Pot plus E-Kin sind 100%. E-Pot plus E-Kin sind 100%. Hier E-Pot plus E-Kin sind 100%. Das heißt, überall, und das können wir mit jedem beliebigen Punkt hier machen, gilt Energieerhaltung. Die potenzielle plus die kinetische Energie ist konstant. Hier jetzt sind es 100%. Wir könnten für 100% auch irgendeine Energie nehmen. Also 100 Joule sind zum Beispiel 100%. Dann wären hier 50 Joule, 50 Joule und so weiter. Also diese Gesamtenergie, die ich dem System einmal zuführe, die wandelt sich dann hin und her. Wir haben hier keinen Luftwiderstand, den vernachlässigen wir. Masselloser Faden, ein bisschen zur Vereinfachung. Aber das erklärt das Grundprinzip perfekt. Und jetzt siehst du hier nochmal erstmal eine Sinusfunktion. Wenn ich eine Schwingung habe, egal ob Feder, Faden pendel, das kann ich immer, wenn ich das zeitlich auftrage, als Sinusfunktion beschreiben, auch mathematisch. Da siehst du das wunderschön, auch die Amplitude. Wir haben unten dir den Link wieder hingepackt. Da kannst du selbst dann ein bisschen rumspielen an der Animation. Dann siehst du bei der Energie wieder einen Balken. Und dieser Balken, das ist konstante Energie. Also das sind diese 100% oder 100 Joule oder 0,7 Joule, je nachdem. Das ist feste Energie in dem System. Und was passiert, wenn sich das bewegt? Der Balken bleibt immer gleich. Das heißt, die Gesamtenergie bleibt konstant bei diesem System. Was hier passiert ist, kinetische und potenzielle Energie, die wandelt sich hin und her. Aber die Gesamtenergie, E-Pot plus E-Kin, ist konstant. Yes! So, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, um ein bisschen Energieerhaltung zu verstehen. Besonders hier am Fadenpendel. Probier das unbedingt mal aus. Richtig cool. Federpendel findest du auch. Ist alles in der Beschreibung unten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann gib dem Video gern einen Daumen nach oben. Lass ein Abo da. Wenn dir die Videos gefallen und du nichts verpassen möchtest, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich bin Robert, dein Physik-Coach. Ciao!